Hallo und herzlich willkommen, liebe Wagen. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir schauen heute wieder rein in die Energien für die Waage Sternzeichen Aszendenten. Oder auch wenn du dein Mond im Zeichen Waage stehen hast, kannst du hier vielleicht in Resonanz gehen und eine Botschaft mitnehmen. Für den Mai, wir schauen uns den Mai an. Für die Wagen, was zeigt sich im Mai? Bei den Wagen. Welche Prozesse finden statt? Was ist wichtig? Was kommt auf dich zu? Bei den Wagen. Wagen im Mai. Okay. So, jetzt schauen wir mal rein, was sich hier zeigt. Sehr viel Schwertenergie und der Magier. Die Königin der Schwerter, zwei der Schwerter. Hier sehen wir zum einen sehr viel Initiative und Schöpferkraft hier. Ja, mit dem Magier. Du willst hier irgendetwas manifestieren. Du gehst in die Initiative. Du nutzt jetzt deine Fähigkeiten, deine Talente, um ein Ziel zu erreichen. Du willst irgendetwas erschaffen, schöpfen. Ja, das ist die Schöpferkraft, die auch zeigt, dass sie die Macht über ihr Leben hat, dass sie eigenverantwortlich handelt, dass sie in der Lage ist, Dinge zu erschaffen und ihre Wünsche zu verwirklichen. So, dann haben wir hier aber auch Zweifel. Ja, so eine innere Unsicherheit, so ein Hin- und Hergerissensein. Irgendetwas bereitet die hier ganz viel innere Zweifel. Da kann man sich nicht entscheiden. Ja, und die Königin der Schwerter, das ist für mich eigentlich eine typische Vageenergie. Das kann es jetzt du sein. Es kann aber auch ein Gegenüber sein. Es ist auf jeden Fall hier eine Person, die sehr kühl, sehr distanziert auftritt. Also vielleicht hast du dich hier von irgendjemandem oder etwas distanziert. Oder ein Gegenüber hat sich von dir distanziert, das sehr stark hier im Kopf ist und analytisch, prüfend, beobachtend. Da ist jemand sehr strategisch, hellwach und fokussiert. Ja, da geht jemand sehr analytisch vor und möchte hier Klarheit schaffen, deswegen die Distanz. Aber wir sehen hier eben auch den inneren Zweifel. Das sind ja Energien, die sich hier auch ergänzen. Ja, also diese Königin der Schwerter, die ist sich noch nicht richtig im Klaren. Die ist noch am Überlegen. Vielleicht hast du aber auch Zweifel bezüglich dieser Person, falls das ein Gegenüber sein sollte. Das kann auch sein. Hier geht es darum, es geht ja auch um die Unabhängigkeit. Königin der Schwerter steht eben auch für die eigene Unabhängigkeit. Dass man versucht, diese herzustellen, gerade auch in Kombination mit dem Magier. Ja, Freiheit, Unabhängigkeit ist ja auch ein Thema. Und eben auch ein starker Fokus auf deine Ziele, deine Visionen, das, was du jetzt möchtest. Das ist wichtig. Damit beschäftigst du dich sehr stark. Aber bist auch stark am Zweifeln. Was ist denn hier blockiert? Was würde denn hier helfen? Ja, die Intuition ist versperrt, natürlich. Und das ist ja auch immer bei den Zweiderschwertern so. Wenn die Zweiderschwerter auftaucht, dann ist die... Die Frau hat ja die Augen verbunden. Und das hat sie deshalb, weil sie ihre Intuition wahrnehmen soll. Aber sie nimmt sie nicht wahr. Und deswegen weiß sie nicht, wie sie sich entscheiden soll. Also das ist halt die versperrte innere Stimme. Und die Hohepriesterin hier, das heißt jetzt nicht, dass du gar keine Intuition hast. Sondern, dass du diese Stimme entweder nicht wahrnimmst oder ihr nicht vertraust. Also entweder vertraust du deiner inneren Stimme nicht. Den inneren Wissen, diesen inneren Eingebungen. Oder sie stehen halt im Widerspruch zu anderen Gedanken oder Bedürfnissen oder Empfindungen. Und deswegen löst das hier in dir diesen Zweifel aus. Da gibt es zum einen diese innere Stimme, die sagt das eine. Und das andere sind deine Verpflichtungen, Verstrickungen oder sonstige Gedanken. Abhängigkeiten oder Wünsche, es jemandem recht zu machen. Was auch immer hier diesen Konflikt in dir auslöst. Das weiß ich nicht. Aber deine Intuition ist da und da darfst du Vertrauen lernen. Und du darfst in deine Kraft kommen. Hier sehen wir nämlich mit der Kraft im Schatten, dass du irgendetwas in dir unterdrückst. Irgendwelche Instinkte, Impulse, Emotionen in dir werden entweder nicht wahrgenommen, werden zu stark unterdrückt. Oder aber, das andere Extreme, es kann auch manchmal sein, dass man von gewissen niederen Instinkten kontrolliert wird. Also dass du dich zum Beispiel von deinen eigenen Emotionen hin und wieder beherrschen lässt. Auch das wäre möglich. Aber grundsätzlich geht es bei der Kraft darum, in die eigene Kraft zu kommen, indem man seine eigene Instinktnatur annimmt. So wie sie ist. Also indem du dich in deiner Ganzheit mit all deinen Bedürfnissen annimmst. Und nichts in dir unterdrückst. Ja, das ist hier so das Ziel dieser Energie. Zwei der Stiebe zeigt auch hier, dass... Naja, das sind so deine Wünsche, Visionen, Ziele und Träume. Und hier sehen wir aber, dass du diese nicht umsetzt. Sondern, dass man hier sehr neutral und beobachtend ist, sehr abwartend. Ja, aber wir haben zwei der Schwerter und zwei der Stiebe. Das sind wirklich... Das sind so diese Energien, wo man viel überlegt, hin und her überlegt, viel spricht, viel zweifelt, aber nicht wirklich etwas tut. Nicht wirklich etwas in die Veränderung bringt. Und da schauen wir mal, was es jetzt... Ja, also es gibt hier Ängste. Du machst dir hier große Sorgen. Dein Schicksal kommt auch. Schicksalsrat. Und es kommt die Zehn der Münzen, die Fülle. Die Fülle, die Zehn der Münzen. Ich lege mal alles zu Ende raus hier. Da kommen sehr viele Münzen und der Teufel auch. Mensch, was möchte denn der Teufel jetzt hier wieder? Ja. Also wir sehen erstmal, wie gesagt, hier sehr starke Ängste oder Sorgen. Ja, irgendetwas bereitet dir hier sehr viele Sorgen und das hat zu tun mit deinen Wünschen und Visionen. Also irgendetwas, was du hier beabsichtigst oder was du gerne tun würdest, löst in dir Angst aus. Es kann auch sein, dass es hier irgendwo Reue gibt. Vielleicht bereut man irgendeine Entscheidung, die man mal getroffen hat oder eine Situation, in der man sich befindet. Oder vielleicht gibt es auch irgendeine Art von Schuldgefühle. Diese Neun der Schwerter steht auch für Selbstsabotage manchmal. Also wo man sich mit negativen Gedanken selbst quält. Albträume, schlaflose Nächte. So, jetzt geht es aber darum, diesen Weg der Angst zu gehen. Es geht darum, den Weg der Angst zu gehen, sich der Angst zu stellen. Und deine Träume und Wünsche und Visionen umzusetzen. Es geht darum auch, dass du dich von deiner inneren Stimme, von deiner inneren Weisheit führen lässt, von deiner Intuition, die dich auf den richtigen Weg bringt. Denn wir haben hier das Schicksalsrat. Es geht darum, dass du dich deinem Schicksal stellst, dem unausweichlichen Schicksal, dass du das annimmst. Dass du daran wächst und dich entfaltest. Dass du auch schicksalhafte Hindernisse überwindest, um daran zu wachsen und zu reifen. Mit dem Schicksalsrat haben wir immer Lernaufgaben, seelische Lernaufgaben für Wachstum und Entfaltung. Und in diesem Zusammenhang sehe ich hier schon, dass diese Aufgabe damit zu tun hat, sich deinen Ängsten zu stellen. Durch deine negativen Gedanken, limitierende Gedanken, die dich quälen, sich denen zu stellen und trotzdem diesen Weg zu gehen. Und daran zu wachsen. Vielleicht indem du erkennst, es passiert gar nichts. Ich kann meinen Weg gehen, meine Wahrheit leben, indem ich auf meine innere Stimme höre, die mir ja ganz genau sagt, was gut für mich ist. Und es passiert nichts. Das ist nur eine Angst. Die Angst ist nur eine Illusion. Das sind einfach nur Gefühle. Manchmal ist es auch einfach nur die Angst vor der Angst. Ja, manchmal sind es unbegründete Sorgen. Denn hier haben wir die Fülle. Wir haben hier die Zehn der Münzen. Die zeigt, dass es hier, du darfst dir anschauen, den Reichtum, die Fülle, die du hast, dankbar sein für das, was du hast. Du darfst dich für die Fülle öffnen, die dir geboten wird, die da ist. Wir haben hier Fülle und Stabilität und Reichtum. Ich weiß jetzt nicht, ob die Fülle auf dich zukommt, dass du hier irgendwie ein Geschenk bekommst. Oder also materielle Fülle sehen wir hier. Es kann aber auch einfach sein, dass die Sicherheit da ist, dass hier feste Strukturen auch da sind. Wir sehen ja hier auch die Königin der Münzen, vier der Münzen. Also wir sehen hier auf jeden Fall Sicherheit und Stabilität. Die haben wir hier. Vielleicht gibt es ja auch einen familiären Rückhalt. Oder es gibt auf jeden Fall genug Dinge, die dir Stabilität und Sicherheit bieten und wo du dankbar für sein kannst. Und das sind auch Werte, die du hier schützen darfst, die du auch versuchst festzuhalten und zu schützen. Das sehe ich hier auch. Die vier der Münzen. Das ist, man hält fest an gewissen Sicherheiten. Man trifft hier Vorkehrungen, Abmachungen. Vielleicht versuchst du hier auch dein Vorhaben durchzuziehen. Entweder hältst du an einem Vorhaben fest an deinem Plan oder an gewissen materiellen Sicherheiten oder Strukturen. Irgendetwas willst du hier absichern. So und die Königin der Münzen ist eine Energie auch, wo du jetzt reinkommst, wo du jetzt im Mai drin bist. Das heißt, du setzt dich jetzt stark mit deinen Werten auseinander. Was sind deine Werte? Versuchst dich abzusichern, auch in die Fülle zu kommen, an deinem Wohlstand zu arbeiten, Grenzen. Du setzt Grenzen, du kennst deinen Selbstwert. Fülle Sicherheit, das ist hier ganz wichtig. Und du genießt. Du genießt deine Zeit, dein Leben, die Fülle, die du hast. Das ist so diese fruchtbare Wohlstandskarte, Wachstum, Werte. Das sind so diese Qualitäten der Münzen. So, jetzt haben wir aber den Teufel hier. Der Teufel will dich in Versuchung führen. Da sind irgendwelche Versuchungen, die sich jetzt dir zeigen könnten im Mai. Es kann sein, dass es irgendeine Art Sucht gibt. Es kann sein, dass es eine Versuchung gibt. Es kann sein, dass es eine Abhängigkeit oder eine Verstrickung gibt. Oder irgendwelche Erpressungsversuche oder irgendetwas, was mit Manipulationen und ungesunden, destruktiven oder toxischen Verhaltensweisen oder Mustern oder Einflüssen, Fremdeinflüssen hier zu tun hat. Ja, also wie gesagt, das ist in der Regel, sind das entweder eine Sucht oder eine Versuchung oder eine Abhängigkeit. Entweder zu einer Sache oder zu einem Menschen oder irgendwelchen Strukturen oder Sicherheiten. Das könnte hier eine finanzielle, materielle Abhängigkeit sein. Das sind nur Mutmaßungen, weil das ist bei jedem, kann das was ganz anderes sein. Und das hat sicherlich hier mit deinen Ängsten auch zu tun. Der Teufel hier im Mai zeigt mir, dass du dich diesen Seiten stellen wirst. Dass du dich deinem eigenen Schatten stellst. Dass du vielleicht auch Grenzen setzt gegen diese teuflischen Einflüsse. Ja, was immer, wer oder was auch immer das ist. Dass hier, also Stabilität und Sicherheit ist dir hier sehr wichtig. Das sehe ich hier. Und das ist auch, das sollst du auch hochschätzen und schützen. Das sollst du auch. So, nun kann es aber auch sein, dass es irgendwelche Strukturen gibt, an die man hier festhält. Weil wir auch die vier der Münzen haben neben dem Teufel. Es kann sein, dass es hier irgendwelche toxischen, bei dem einen oder anderen könnte das irgendeine toxische Verbindung sein, wo man dran festhält. Ja, wo es aber jetzt darum geht, hier Grenzen zu setzen und nach deinen Werten zu leben. Dich hier nach deinen Werten zu orientieren. In die Fülle zu kommen und Stabilität. Wie gesagt, das ist, ja, es geht hier um deine Selbstverantwortung, Eigenverantwortung. Gehe in die Führung für deine Werte. Setze dir ein Ziel. Das ist hier ganz wichtig. Was sind deine Ziele und deine Werte? Das sind die beiden, der Herrscher und die Königin der Münzen. Stehe für dich ein. Arbeite diszipliniert an deinen Zielen. Gehe in die Eigenverantwortung. Sorge für klare Verhältnisse, für Recht und Ordnung. Die vier der Münzen ist eben auch die Karte, die für Abmachungen sorgt. Das hat damit zu tun, dass du deine Sicherheit hier schützen möchtest und dich absichern willst. Und das macht auch der Herrscher. Auch der sorgt für klare Verhältnisse, Absprachen, Recht und Ordnung. Und das ist auch eine Erdenergie hier. Sonne im Steinbock. Für manche ist das die Widderkarte, für mich nicht. Ja, also Verantwortungsbewusstsein. Du gehst in die Führung. So, und dann bist du hier auch sehr geduldig und du bewertest etwas neu. Du schätzt etwas neu ein. Ob du auf dem richtigen Weg bist und was du hier noch tun kannst und optimieren kannst, um das gewünschte Ergebnis hier zu bekommen. Ja, aber ich sehe dich hier sehr verantwortungsbewusst und sehr klar. Und du gehst jetzt in die Führung, in die Initiative der Magier. Das ist ja auch Initiative. Du zeigst, dass du am längeren Hebel sitzt, dass du die Macht über dein Leben hast. Auch wenn du hier innerlich zweifelst und noch hin- und hergerissen bist. Wir sehen hier aber auch mit den Ritter der Kelche, dass du hier grundsätzlich sehr zugewandt, sehr intuitiv, sehr verträumt, sehr fröhlich, freundlich, ja, aufs Leben zugehst. Dass du hier hoffnungsvoll und zuversichtlich bist. Das ist eine sehr, also hier sehen wir, dass du ja schon grundsätzlich deine Intuition wahrnimmst. Dass du deine Intuition fühlst. Ja, aber vielleicht vertraut man der nicht. Oder es stehen zu viele Ängste hier im Weg oder Sorgen. Ja. Dann schauen wir mal rein mit den Orakelkarten jetzt für die Wagen. Also das Schicksalsrat hier an dieser Stelle ist ganz klar eine Aufforderung. Geh den Weg der Angst, stell dich deiner Aufgabe und geh jetzt in die Veränderung. Wachs an der Aufgabe, ja. Entwickle dich daran und stell dich nicht gegen die Veränderung, sondern schwimme mit dem Fluss, deine innere Stimme, der Sog, der innere Sog, der dich energetisch zieht in eine Richtung. Das ist der, der mit deinem, der schicksalhaft gelenkt ist und den du jetzt folgen darfst. Eine Aufgabe, an der du wachsen darfst, dich entwickeln. Stell dich dieser seelischen Lernaufgabe. Und das hat mit deinen Ängsten zu tun. Also wenn du jetzt zwischen zwei Optionen stehst und die eine hat mit Ängsten und Sorgen zu tun, dann ist das die Option, die jetzt hier geraten wird. Also nicht immer ist eine Legung so eindeutig. Ja, diese ist hier besonders eindeutig. Mache Platz, schaffe Platz. Schaffe Platz, um eine positive Veränderung in deinem Leben willkommen zu heißen. Lass alles los, das nicht mehr mit dir im Einklang steht und mit der Zukunft, die du kreierst. Ja, du kreierst, du schöpfst jetzt hier. Du bist der Schöpfer deiner Zukunft. Und du darfst dich jetzt von allem lösen, das nicht mit dieser neuen Vision, deinem neuen Ziel oder deinen Werten in Einklang steht. Ja, schaffe jetzt den Platz für die positive Veränderung, für die Wandlung in deinem Leben. Sehr klar und eindeutig. Einen Engel hätte ich gerne für die Wagen. Ja, das war so halb. Welcher Engel hat hier einen? Da. Segnungen und Fülle. Wollen jetzt hier in dein Leben kommen. Schaue ich mir die Botschaft an. Segnungen und Fülle. Ja, deine innere Führung. Vertraue auf deine innere Führung. Die du derzeit empfängst. Da sieht dich zu enormem Wachstum und Erfüllung führen. Aha, siehst du hier. Hier ist die Fülle. Hier ist die materielle Fülle. Wir haben hier auch das Wachstum. Es ist zwar eher hier so ein materielles Sicherheit. Es kann natürlich aber auch dein Selbstwert sein, der wächst. Deine Stabilität, die hier auch wachsen kann. Ja, Segnungen und Fülle. Du wirst in deiner jetzigen Situation mit Segnungen überschüttet. Alle Tore zur Fülle öffnen sich dir jetzt. Fülle ist die spirituelle Belohnung dafür, auf unsere Gaben und Talente zu vertrauen und sie zu teilen. Wenn wir unsere Entscheidungen und Handlungen auf das höchste Gut abstimmen, werden wir mit Gelegenheiten gesegnet. Du befindest dich gerade in einem Zustand tiefer spiritueller Verbindung und Stärke und bist spirituell erfüllt. Selbst wenn du dich verletzlich oder überwältigt fühlst, ist der Schleier zwischen dieser Ebene und dem Himmel durchlässig und du bist von Licht und unterstützenden Energien umgeben. Also vielleicht sind das finanzielle Sorgen. Ja, es kommt mir auch so vor. Weil wir ja hier auch sehr viele Münzkarten haben. Und diese Karte sagt ja auch hier, schau was du hast, sei dankbar für das, was du hast. Du bist in der Fülle, nimm die Fülle an, die sich dir zeigt. Kreiere deine eigene Stabilität und Fülle. Naturverbundenheit. Ich achte und schütze die Natur, denn ich bin ein Teil von Mutter Erde. Ja, die Königin der Münzen ist natürlich auch sehr naturverbunden. Die Erdenergie. Ja, vielleicht Pachamama. Vielleicht darfst du dich ja ein wenig erden, auf deine Grundbedürfnisse achten, dich mit der Natur verbinden, dich gut ernähren, alles genießen, was die Natur zur Verfügung stellt, Achtsamkeit. Und dich für die Fülle öffnen, die dir die Natur entgegenbringt auch. Also das ist ganz die Königin der Münzen hier auch. Unschuldvergebung sei sanft zu dir selbst. Vergib. Vergib dir. Vergib vielleicht auch anderen. Ja, sei dir deiner Unschuld bewusst. Und verurteile dich nicht selbst. Manchmal sind wir selbst unser eigener stärkster Kritiker. Wir sehen ja hier dieses Gedankenkarussell. Es kann sein, dass du dich hier selbst, wie gesagt, Schuldgefühle ist bei einigen hier auch, kann das ein Thema sein. Ängste, Sorgen oder eben auch, ja. Also dann in diesem Fall darfst du dir selbst vergeben. Sei gut zu dir, verurteile dich selbst nicht. Ui. Du bist unschuldig. Dein drittes Auge meldet sich. Es geht um den Zugang zu deiner Intuition. Ja, also deine Intuition ist ja wirklich ein Thema. Also hier heißt es, du bist stark verbunden mit deiner Intuition. Höre auf deine Intuition. Ich habe vorhin gesagt, dir fehlt der Zugang wahrscheinlich. Oder du hörst die Stimme nicht so gut. Oder du vertraust ihr nicht. Deswegen nochmal der Hinweis, dass du deinen Zugang zu deiner Intuition stärkst. Denn die innere Führung ist jetzt wichtig. Die weist dir den Weg. Also vielleicht kannst du da daran arbeiten, an deinem Stirnchakra. Wenn dich das interessiert. Oder einfach versuchen, deine Intuition stärker wahrzunehmen. Vielleicht auch, indem du mehr in die Natur gehst. Mehr in die Verbundenheit kommst mit Mutter Erde. Ja, in die Stille, in die Meditation. Dann vernimmst du deine innere Stimme am leichtesten. Wenn du innerlich gedankliche Ruhe bekommst. Und dich nicht von diesen ganzen Sorgen und Ängsten quälen lässt. Erwartungen. Erwartungen lassen dich warten. Wo wartest du? Lass deine Erwartungen los und tauche ein in das Spiel des Lebens. Wo wartest du? Welche Erwartungen bremsen dich hier? Lass du die Erwartungen los. Und wenn alles möglich wäre, was würdest du tun? So oft wissen wir, was wir nicht wollen, aber nicht, was wir wollen. Wie hättest du es denn jetzt gerne? Ja, also nochmal, was ich schon sagte. Fokussiere dich auf deine Ziele, deine Wünsche, deine Visionen und Träume. Was ist es, was du möchtest? Komm weg von dem Gedanken, dich damit zu beschäftigen, was du nicht möchtest. Sondern fokussiere dich dahin auf das, was du möchtest. Das ist der Magier. Das ist Schöpferkraft. Das ist der Herrscher. Das ist genau das. Setz dir ein Ziel. Und dann fange an, die ersten Schritte zu planen und zu setzen, zu unternehmen, Schritt für Schritt in die Richtung. Ja, wie hättest du es gerne? Was hättest du gerne? Und dafür musst du natürlich mit dir in Verbundenheit sein und wissen, wer du bist und was du möchtest und was dich glücklich macht. Ja, und dann kannst du auch diesen täublichen Einflüssen hier gegenüber dich besser abgrenzen, besser Grenzen setzen und auch erkennen, was macht dich hier unfrei. Was ist eigentlich dein Schattenanteil, der dich hier in einer Situation vielleicht festhält, wo du dich gar nicht wohlfühlst, wo du dich gar nicht glücklich fühlst, was nicht mehr im Einklang mit deiner Seele ist. Ja, da sehen wir schon diese Auseinandersetzung hier mit diesen eigenen Schattenanteilen und auch äußeren Einflüssen, die du jetzt loslassen darfst. Ja, um einen positiven Raum für Veränderungen zu schaffen und an deinem Schicksal zu wachsen. Liebe Wagen, das ist es, was ich hier heute für dich sehe, für den Mai. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen. Über einen Daumen nach oben, einen Kommentar oder auch gerne ein Abo und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche dir einen wundervollen Mai und bis zum nächsten Mal.